So geht es gut besser. Aber wenn man die Kuh voll so ein bisschen streichelt, dann geht es noch ein bisschen besser, ganz genau. Doch, bei dir ist es nicht. Wir brauchen eine Kuh mit fünf, Alter. Nee, stimmt. So wenig. Okay, viel Erfolg. Danke, tschüss. Und an Oberstdamm kann ich sowieso nie vorbeigehen. Nee, das will ich doch meinen. Ist das sicherlich falsch. Einfach auf ihn zu. Ja, los. Tschüss. Tschüss. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne einen Kaffelsalus. Mein Papa hat zu Mama immer gesagt, ein flimmst schöner als das andere. Ich bin nur dafür, da auf die Bäume zu klettern. Alles gut. Dann gehen wir noch auf die Jagd ein bisschen. Ein bisschen aber nur. Hüpfel, aber... Dann Ist's nicht nur. Hey. Hey! ... Ich bin nicht für Ordnung gefallen. Ich bin nicht für Ordnung. 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 Ich bin nicht für Ordnung.